Musik Frau Fahimi, das Bundesministerium für Arbeit und Soziales möchte in Rentenfragen in den Dialog mit der Jugend kommen. Was ist die Agenda dieses Dialoges? Wie lange dauert der? Wann kommt der? Ja, die Bundesarbeitsministerin hat bereits eingeladen zu einem solchen Dialog, viele Jugendverbände und wir möchten gerade auch mit der jungen Generation schnell in das Gespräch kommen, was sie sich dann erwarten von der Alterssicherung und wie viel sie davon in der umlagefinanzierten Systematik oder aber eben in einem Kapitalsystem auch sehen, was sie als gerecht empfinden, was sie als Zukunftsherausforderungen sehen. Wir finden eben gerade wichtig, auch mit der jungen Generation schnell ins Gespräch zu kommen, weil klar ist, Rente ist halt nicht nur so eine tagespolitische Eintagsfliege, sondern es geht eben um langfristige und nachhaltige Konsense, die wir herstellen müssen. Und deswegen gilt, junge Generation muss ins Boot und muss hier ihre eigenen Vorstellungen formulieren können. Nun ist es ja natürlich trotzdem so, dass Politik eine Agenda haben muss, welches Verhältnis von der gesetzlichen Rente und anderen Rentenformen strebt man denn für die jungen Leute an? Die gesetzliche allein wird es ja für die einfach nicht machen, das schafft ja keiner mehr. Naja, die gesetzliche Rentenversicherung in Deutschland hat ja schon so einige historische Krisen überlebt. Wir sind davon überzeugt, dass das sozusagen der feste Stamm ist, um den sich alles entwickeln muss. Das ist der Hauptorientierungspunkt, wenn es um Alterssicherung geht. Aber wir wollen, wenn man so will, zwischen den Systemen einen Risikomix machen und deswegen neben diesem umlagefinanzierten System, wo ja die Generationen untereinander sich quasi stützen, wollen wir das kapitalgedeckte System ordnen. Da gibt es im Moment eine Vielfalt der geförderten und der nicht geförderten Alterssicherung. Und wir glauben, dass wir hier die Kapitalgedeckte einfach stabiler daneben stellen müssen und dass diese Ergänzung auch langfristig Sinn macht, unabhängig davon, ob jetzt mal der Kapitalmarkt oben oder unten ist. Nun haben Sie einen Gutachten in Auftrag gegeben, in dem es heißt, dass Optionsmodelle, wo Menschen automatisch einbezogen werden, sich zwar verabschieden können, aber erstmal sind sie drin. Dass solche Optionsmodelle dem Gesetzgeber vorgeschlagen werden. Wollen Sie da was machen? Ja, wir haben einen Gutachten in Auftrag gegeben, das uns nochmal bestätigt in unserer Idee, ein Sozialpartnermodell auf den Weg zu bringen. Und das uns empfiehlt, eine solche Branchenlösung der Tarifvertragsparteien zu versehen mit einer indirekten Verpflichtung. Also einem Automatismus, dass die Beschäftigten automatisch in einem solchen System drin wären und quasi beantragen müssen, wenn sie es nicht wollen. Also eine Ausstiegsoption haben. Aber wir erhoffen uns davon, dass so ein bisschen die Trägheit, die es ja immer auch gibt bei der Entscheidung, überhaupt in ein solches System zu gehen, dass wir die überwinden und dadurch eben eine stärkere Bindung herstellen können, weil wir auch davon überzeugt sind, dass wenn die Tarifvertragsparteien ein solches Modell für die Branche finden, dass eine kollektive Sicherung ist, die effizient ist, die Haftungen klärt, aber die eben vor allem auch für die Einlagen der Beschäftigten einfach einen größeren Schutzraum herstellt. Nun ist es aber gleichzeitig so, ein Mensch, der in so ein System einbezogen wird und im Rentenalter möglicherweise Grundsicherung erhält und die dagegen gerechnet wird, der würde Geld verlieren oder wer den Arbeitgeberteil in die Krankenversicherung noch mitbezahlen muss in der Rente, würde möglicherweise im negativen System landen. Das wären ja echte Gegenspieler eines solchen Systems oder der erfolgreichen Durchführung. Das ist jetzt mehr Bundesgesundheitsministerium, ein Stückchen Sozialministerium und ein Stückchen Finanzminister. Kriegen Sie da einen Konsens hin? Das ist eine völlig berechtigte, aber eben zusätzliche Frage. Ich bin der Überzeugung, dass wir erstmal dafür sorgen müssen, dass die Leute ein stabiles Erwerbsleben haben und ein gutes Einkommen. Deswegen, gute Rente ist auch immer eine Frage, wie gut wir für eben gute Löhne sorgen und deswegen müssen wir Arbeitsmarkt, auf dem Arbeitsmarkt Ordnung schaffen und Tarifbindung stärken. Aber ja, die Frage bleibt trotzdem im Raum stehen, was tun wir für Geringverdiener? Auch hier finde ich einen Vorschlag des Gutachtens beim Finanzministerium spannend, dass wir ein Geringverdienermodell machen, wo es also einen direkten steuerlichen Zuschuss gibt für diejenigen, die unter 1.500 Euro verdienen. Bleibt die Frage, wenn jetzt aber alles am Ende eines Erwerbslebens schiefgelaufen ist, doch ohne, dass man das gewollt hat und man fällt jetzt tatsächlich in die Grundsicherung im Alter. Ja, was passiert denn eigentlich mit meinen Ersparnissen, die ich vielleicht trotzdem hier und da gesammelt habe? Absolut berechtigt. Unsererseits prüfen wir, inwieweit wir das nicht mehr anrechnungsfähig machen. Es ist aber sehr, sehr schwierig, weil wir hier nicht mehr über die Rente, sondern über das Sozialhilfesystem reden. Und da brauchen wir auch einen breiten Konsens über die Ministerien und die juristischen Bedenken hinaus. Schweres Stück Arbeit, das wir zu leisten haben, aber allemal im Prüfauftrag fähig. Vielen Dank. Lassen Sie uns hoffen und mitdiskutieren. Vielen Dank, Frau Verhimmel. Danke auch.